Geht schon? Das kann nicht stimmen oder bin ich extrem weit weg? Du bist extrem weit weg. Ich bin vom Land. Das ist eine Frechheit. Das ist unglaublich. Obwohl ich es vorher gesagt habe, Deins ist Punktklappel. 23,1? Der war auch einmal gesperrt. Warst du einmal gesperrt? Weiß ich nicht. Der war gleich gesperrt. Was ist das? Warte einmal. Jetzt muss ich ein bisschen rechnen. Ja, hör auf. Hast du das? Ja. Jetzt muss ich einmal so verschätzen um 30 Minuten. Ich hatte 1.370 stehen. Ich habe nur 1 Wektar getroffen. Aber was trotzdem. Ich bin viel besser im Spiel. Das weißt du schon. Ein Wort. Hast du das? Jetzt kommt. Das ist eigentlich, glaube ich, FAC. FAC ist richtig. Das ist ja kein Wort. Das ist eine Abkürzung. Ja, passt. Ihr habt es falsch verstanden. Ich habe von Anfang an gesagt, das ist geschoben hier. Hast du das? Ja. Was machst du so viel vor dem Spiel? Ja, mehr wie du. Ich habe noch nie was gesehen. Das ist vor dem Spiegelsteck. Noch nie was gesehen. Aber ist okay. Styling nicht, sondern duschen. Was machst du? Ich bin immer letzter. Du bist so. Du bist letzter? Ja. Ich bin immer... Ich bin immer... Beim Training, ich bin fast immer der Letzte, der rausgeht. Also nie im Leben. Von uns zwei. Ja. Jetzt red du nicht irgendeinen Blödsinn, Alter. Nein. Nur weil du ein bisschen schlanker bist, muss das jetzt nichts heißen, gell? Du kannst wie aufschreiben. Es geht darum, dass wir fünf Wumpel haben. Ehrlich. Du, was sage ich immer nach dem Spiel? Ich kann nichts essen. Ja, also... Jetzt... Dann stehe ich auf, dann ist die Challenge für mich vorbei. Ja, wir werden schon die gleich für mich. Ja, aber da kommt immer, wie heißt das Lied, wie heißt das Lied? Und dann muss ich es dir wieder schicken. Denk noch. Hast du noch gedacht, gescheit? Ich bin bescheiden. Hast du gescheit noch gedacht? Ich gehe fürs Team, komm. Oh, okay. Nein, den gebe ich dir. Nein, ich wollte mich selber nicht aufschreiben. Du bist ein bisschen älter, ich habe Respekt vor dir. Geht's? Nein, ich glaube, dass wir sich in die Verlängerung kämpfen. Da sind wir ins Ölfmeterschießen kämpfen und dann im Ölferschießen weiterkommen. Weil du nicht schießt, gell? Ja, da bin ich schon ausgewechselt. Realistisch bleiben, gell? Ja. 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 In New York. Ja. Ja. Ja.